Meine Welt, meine Meinung. Guten Abend nach München zum Fokus-Kolumnisten Jan Fleischauer. Herzlich willkommen. Hallo nach Berlin. Ihr Gewinner ist ein republikanischer Hardliner in den USA. Warum ist er der Sieger heute? Ja, also was man lesen konnte, hat sich Donald Trump angeblich von Mario Rubio, den Senator aus Florida, entschieden als neuen Außenminister. Was heißt Hardliner? Ja, also allerdings keiner, der sagt, Amerika müsse sich total auf sich selbst zurückziehen, sondern sagt, wir sollten unsere Feinde klar identifizieren. Ganz oben an steht für Mario Rubio China. Und dann kommt gleich schon der Iran, also eine kraftvollere Außenpolitik zu erwarten. Aber es ist eben, wie gesagt, auch wenn es so kommt, keiner derjenigen geworden, die sagen, also Amerika kümmert sich nur noch um sich selbst, ist die gute Nachricht für uns. Wobei eben also den letzten Segen des Gottvaters gibt es noch nicht. Insofern, es kann natürlich auch nochmal anders kommen. Anders kann es immer kommen, wir wissen es nicht. Prognosen sind immer schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber wir schauen auf die Verlierer des Tages und das sind bei Ihnen jetzt die Szenen der vergangenen Woche aus Amsterdam, die sich jetzt ja wiederholt haben. Ja, also gestern Abend schon wieder Bambule, mehrere Autos angezündigt, ganze U-Bahn-Waggons. Dazu den relativ eindeutigen Satz, wir rotten sozusagen das Judengeschwür aus, also Amsterdam im Augenblick als Epizentrum des Antisemitismus. Und es zeigt, glaube ich, wohin man kommt, wenn man in diesen Umtrieben nicht rechtzeitig Einhalt gebietet. Also bis heute gibt es ja, gerade in Amsterdam, das ja eine relativ linke Stadt ist, stolz auf seine große Toleranz migrantischen Gruppen gegenüber, große Zurückhaltung auch, also diesem Einhalt zu gebieten, beziehungsweise eben Judenfeinde auch als das zu benennen, was sie sind. Nämlich eben an die Hardcore-Judwahlen nehmen. Ja, und wir blicken auf die Nachricht des heutigen Tages. Natürlich, wir haben nach dem tagelangen Geschachere endlich einen Termin für Neuwahlen. Halleluja. Ja, der 23. Februar, also die große Papierkrise, die noch am Wochenende herrschte und die uns angeblich davon abhielt, im Februar Wahlen abzuhalten, die scheint beseitigt, auch alle anderen, das ist die gute Nachricht. Argumente, die ins Felde geführt wurden, nämlich zum Beispiel, dass man, wenn man jetzt überstürzt Neuwahlen herbeiführe, den Weg der Nationalsozialisten gehe, ein Argument, das der Abgeordnete Wieser im Deutschen Bundestag vorgetragen hat. All dieses ist erledigt und wir können uns jetzt freuen auf den 23. Februar, ob wir allerdings mit den letzten Wochen ein gutes Bild im Ausland abgegeben haben. Es heißt doch immer, wir sollten uns sorgen, wie das Ausland über uns denke, damit die Fachkräfte auch zu uns kommen. Das sei mal dahingestellt. Apropos Ausland, Ihr Aufreger des Tages, der kommt heute aus Russland, wo die Meinungsfreiheit einmal mehr mit Füßen getreten wird. Ja, gleich zwei Ereignisse. Eines auf der größeren Bühne der Duma, wo ein Gesetz verabschiedet wurde, wonach Propaganda für das Leben ohne Kinder unter Strafe gestellt wird. Einzige Ausnahme, das haben die Mönche durchgesetzt. Also das Mönchleben darf nach wie vor gelobt werden. Also das heißt, jeder, der sagt, ein Leben ohne Kinder kann ich mir vorstellen, steht jetzt mit einem Bein im Gefängnis, weil es sollen ja viele, viele kleine Söhne noch für den Krieg des großen Zaren geboren werden. Und die andere Nachricht, das habe ich heute gelesen bei Ina Ruck, der AD-Korrespondentin, eine 68-jährige Kinderärztin, die zu fünfeinhalb Jahren Straflager verurteilt wurde, weil sie offenbar in einem Gespräch mit einer Patientin Kritik am Vorgehen der Armee geäußert hat. Und das ist das Russland, das sich das BASW auf die Fahnen geschrieben hat. Jan Fleischauer, ganz herzlichen Dank für Ihre Meinung heute Abend. Dankeschön. Danke auch. Tschüss. Danke.